Gegenstandsnummer SCP-228 Objektklasse sich Spezieller Haltungsprozess SCP-228 wird benutzt, um experimentelle psychiatrische Tests an Standort 23 durchzuführen. SCP-228 ist unter Glas, den Beobachtungsraum 113-AD-C an Standort 23 aufzubewahren. Für Zugang zu Beobachtungsraum 113-AD-C wird eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 4 oder eine schriftliche Genehmigung des medizinischen Leiters Leid benötigt. Beobachtungsraum 113-AD-C ist durch nicht weniger als vier hochauflösende Videokameras und einen verstärkten, halbdurchlässigen Spiegel zu überwachen, der sich über die gesamte östliche Wand erstreckt. Wenn ein Subjekt SCP-228 betrachtet, ist seine Reaktion durch nicht weniger als fünf Forscher, die hinter dem halbdurchlässigen Spiegel stationiert sind, sowie den des Subjekt betreuenden Psychiater zu dokumentieren. Beschreibung SCP-228 ist ein Sofortbildfoto mit wandelbarem Erscheinungsbild. Es ist zu diesem Zeitpunkt offensichtlich, dass SCP-228 sein Erscheinungsbild aus dem Unterbewusstsein seines Betrachters ableitet. Die gezeigten Bilder sind visuell klar erkennbar, variieren aber in interpretativer Kohärenz. Beispielsweise könnte ein Subjekt ein klares Bild seines Vaters manifestieren, während ein anderes Subjekt ein Bild eines herzförmigen Objektes hervorruft, das bis in eine grüne Flüssigkeit getaucht ist. Die Kohärenz des produzierten Bildes scheint von Subjekt zu Subjekt zu variieren, und es wird vermutet, dass eine Verbindung zwischen dem erzeugten Bild und dem Gemütszustand des Betrachters besteht. Die verschiedenen Manifestationen von SCP-228 können normal fotografiert werden. Diese Fotos teilen allerdings nicht die Fähigkeit, neue Bilder zu manifestieren. SCP-228 zeigt auch den an den Betrachter angepassten Bilder, wenn es durch eine Videokamera betrachtet wird. Nachdem es ein Erscheinungsbild angenommen hat, bleibt SCP-228 inaktiv und zeigt dieses Bild, bis der Betrachter wegsieht. An diesem Punkt passt es seine Manifestation an den aktuellen Betrachter an. Die Frage, was SCP-228 zeigt, während es nicht betrachtet wird, steht noch zur Diskussion. SCP-228 soll eingesetzt werden, um das psychiatrische Personal an Standort 23 zu unterstützen. Während der Psychoanalyse werden dem Patienten, in weiterer Folge als Subjekt bezeichnet, Leitfragen gestellt und das Subjekt wird angewiesen, SCP-228 zu betrachten. Nachdem das gezeigte Bild aufgezeichnet wurde, wird das Subjekt angewiesen, den Blick wieder abzuwenden. Auf keinen Fall sollte der Befrager SCP-228 vor dem Subjekt betrachten. Dies würde den Eindruck korrumpieren und potenziell die Psychoanalyse des Subjekts beeinflussen. Anhang Mit Standform ist es keinem Personal, das zuvor einem visuellen, mimetischen Mittel ausgesetzt wurde, erlaubt, SCP-228 ausgesetzt zu werden, aufgrund der Möglichkeit von Daten gelöscht. Persönliche Auswertung Hallo, ihr Verrückten! So, ihr habt schon gesehen, dass sich das Bild, wahrscheinlich, werde ich das so machen, immer wieder geändert hat. Das ist nämlich ziemlich witzig. Es gibt so in manchen SCP-Akten so kleine Spielereien, die man bei der Vertonung nicht so unbedingt umsetzen kann. Beispielsweise gibt es auch SCP-Akten, die nur in Bildern sind. Es sind einfach nur Bilder, so Zeichen oder so. Die könnte man nie vertonen. Es gibt SCP-Akten, wie kleine Computerspiele sind. Da muss man immer klicken, klicken, klicken auf die Fotos und dann passiert ganz viel. So ist das. Und es gibt wirklich richtig tolle SCP-Akten. Und ich glaube, irgendwann wird Archie bestimmt darüber mal ein Video machen und die mal so vorstellen. Also nicht vertonen, aber so mal mit euch durchgehen oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass er das irgendwann mal macht. Oder er macht es mal in einem Livestream. Das wäre auch ziemlich cool. Sollte es dazu kommen, werde ich euch nochmal Bescheid sagen. Aber jetzt erst mal zu dieser SCP-Akte. Es gibt so eine andere SCP-Akte, die ich schon vertont habe und wo dann Leute gesagt haben, warum hast du nicht das Originalbild genommen? Es war ganz früher. Da habe ich das noch nicht so gemacht. Da gab es die positive Maske. Während man die SCP-Akte gelesen hat, hat sich das Bild geändert. Da war so ein Bild dabei von einer Maske, die lacht. Und irgendwann plötzlich schlägt sie um und die Maske guckt böse. Das ist sehr gruselig, wenn man es nicht weiß. Und so ist es bei der Akte auch. Je öfter man das Bild aktualisiert, die Seite aktualisiert, da kommt immer was anderes. Die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, wie viele Bilder es gibt. Es gibt teilweise richtig gruselige dabei. Und es gibt Bilder, die sind sehr lustig oder normal. Ja, auf jeden Fall ist dieses Polaroid wie hier ein Stimmungsring. Falls Millennials kennen noch Stimmungsringe. Also falls ihr das kennt, die sich dann je nach Körpertemperatur und Außentemperatur ändern, also die Farbe ändern. Und dann weiß man immer, welche Stimmung man hat, was aber Quatsch ist. Naja, so. Auf jeden Fall so ein bisschen ist das. Um also in die Psyche von Menschen zu gucken, lässt man sie, wenn die eine Frage beantworten, auf dieses Polaroid gucken. Und dann guckt man selber, welches Bild ist abgebildet. Und dann weiß man, was es ist. So, das ist ziemlich cool. Und diese SCP-Akte ist übrigens daraus entstanden, bei einem Forum-Beitrag irgendwann über 100 Leute was kommentiert haben. Und irgendeiner hat gesagt, man müsste, muss man machen, dass sich so ein Bild immer ändert. Und dann hat er so ein kleines Programm dafür geschrieben. Und daraufhin wurde eine Akte dazu gemacht. Und die Leute lieben es. Also es ist eine ultra beliebte SCP-Akte und hat natürlich auch ganz viele Klicks, weil man immer wieder aktualisiert. Also wenn ihr mal wollt, dann klickt einfach unten auf den Link. Ich verlinke euch hier die Akten immer. Und dann könnt ihr immer wieder aktualisieren. Und ich bin mal gespannt, welches Bild bei euch als allererstes kommt. Ihr könnt es mir mal unten reinschreiben. Ich habe übrigens gerade ein asiatisches Mädchen mit einer Schuluniform. Von der man aber nur irgendwie die Brüste sieht. Ja, das Bild habe ich gerade. Also den Hals und den Oberkörper sieht man. Das ist mein Bild. Und jetzt bitte klickt drauf und sagt mir, welches Bild ihr habt. Das ist mein Bild. Das ist mein Bild. Untertitelung des ZDF, 2020